Kita statt Nikolaus Bad Kreuznach Kunstwerk statt Bad Kreuznach Das Trickfilmprojekt Wer ist der Stärkste? Einmal beschloss der Wolf, einen Spaziergang zu machen. Da kam ein Hase. Hallo schön, Öhrchen. Sag, wer ist der Stärkste im ganzen Land? Das sind natürlich Sie, Meister Wolf. Dann ging der Wolf weiter und traf das Rotkäppchen. Hallo, du bist zum Fressen hübsch. Sag mir, wer ist der Stärkste im ganzen Land? Großer Wolf, das sind Sie. Stolz ging der Wolf weiter und begegnete drei Schweinchen. Hey, ihr Würstchen. Wer ist der Stärkste hier im ganzen Land? Der Stärkste und der Schönste sind Sie, Meister Wolf. Fröhlich ging der Wolf weiter und traf die vier Zwerge. Hallo, ihr Bergarbeiter. Wer ist der Stärkste im ganzen Land? Das sind natürlich Sie, Meister Wolf. Glücklich ging er weiter und traf einen Kröterich. Hallo, du Quabbelwabbel. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Natürlich meine Mama. Was? Du armer Wasserspeier. Du willst wohl ärgern. Jetzt nochmal ganz in der Ruhe. Wer ist der Stärkste im ganzen Land? Meine Mama. Sie ist die Stärkste und liebst du. Außer zu denen, die böse zu mir sind. Und wer bist du? Äh, ich, äh, ich bin der kleine lieber Wolf. Sagte der Wolf und maßte sich aus dem Staub. Du willst, wie sollst du es aufgehängt? Du principalmente научigst, eh? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020